ja hallo liebe sammlerkollegen willkommen zu meinem neuen versuch und erfindet video ich habe mir mal vorgenommen ein bisschen lauter zu reden damit ihr mich auch besser versteht auch wenn ich den kopf mal zur seite dreht denn ich mache meine aufnahmen immer noch mit dem handy bis ich besseres equipment kriege was aber wahrscheinlich noch ein bisschen dauern wird ich fange mal an ich habe mal wieder was über spock gefunden und zwar zwei playstation 2 spiele für zusammen mit versand 12 euro und zwar war dabei project 0 1 und 2 da dachte ich eigentlich ich hätte sie beide noch nicht habe dann aber irgendwie zu spät mein regal geguckt und den hier habe ich tatsächlich doch schon schade drum hier fehlt mir halt noch sind komplett da ist ja noch so ein schöner zettel von in der videothek drin wo das gekauft wurde in höchster glaube ich ja höxter dem das ein begriff ist der darf sich angesprochen fühlen und haben hier der zweite teil auch komplett da aber da ist kein schöner krassenzettel drin ja ein bisschen doof gelaufen mit dem teil aber der ist ein bisschen gefragt also dann wird schon irgendwie schon wieder los 12 euro für die beiden ist definitiv ein angemessener kurs ja und dann habe ich ein kleines tauschgeschäft mit meinem lieben sammlerkollegen micro gehabt sehr sehr angenehmer typ nebenbei bemerkt mit dem ich immer wieder gerne geschäfte mache und zwar hat er ein mario sunshine von mir bekommen in sehr gutem zustand und hat dafür ein paar nes spiele die er momentan nicht braucht angeboten und da ging es um dieses hier hier fehlt leider das styro und die anleitung aber da hat er gesagt wenn ihr das kennen könnt da hinten drin ist noch dieses schutz sleeve für die nes spiele naja gut jetzt habe ich es ausgepackt das mache ich gleich mal wieder zurück das haben wir gegen mario sunshine getauscht und was war denn noch dabei ich glaube auch dabei also die beiden das nebenbei bemerkt komplett die beiden im tausch gegen mario sunshine und ursprünglich wollte er eigentlich nur tauschen aber dann hat er irgendwie scheinbar wenig tauschpartner gefunden für seine nes games zumindest das was er sucht er sucht man schafft sich nicht gameboy spiele und eher so ein paar vereinzelte sachen was aber nicht unbedingt jeder hat und da habe ich ihn gefragt hier willst du mich doch verkaufen und da hat er mir dann noch shadowgate und star tropics jeweils sehr guten kurs also ich habe insgesamt für dieses paket gezahlt das mario sunshine und habe noch 30 euro drauf gelegt und dann haben die vier titel mehr gehört sind allesamt in sehr schönem zustand das einzige was halt eben nicht komplett ist ist das zu besetzen warriors so wächst die nes sammlung zum schluss habe ich noch einen kleinen rebuy bestellung auf einer kleinen streiten aber ich habe für alles was ihr jetzt seht sind neun artikel 40 euro bezahlt nämlich mal das waren 35 36 euro wenn ich sogar die versandkosten anteilig weil meine frau noch ein bisschen was mitbestellt hat mit einrechnung und die dabbische altersprüfung die dann ja machen naja lässt sich darüber streiten ob das nötig ist ja ich fange an und zwar gab es einen psp titel habe ich auf der vita mal die demo gehabt das ist so eine bezahlversion davon und fand das sehr lustig und hier das ist sogar noch zielt wie ihr seht zu so zumindest semi-sealed ist nämlich schon ein bisschen mit leidenschaft gerissen worden ja ist ein sehr schöner titel what did i what did i do to deserve this my lord schwer auszusprechen ja ich glaube der hat zwei euro gekostet das war der mit der günstigste titel in den ganzen haufen ps3 titel die ich noch auf meiner liste hatte aber bis jetzt noch nicht gekauft habe und die sind so vergleichsweise bei rebuy habe ich die am günstigsten bekommen also ich habe ebay amazon sowie rebuy verglichen immer so durchschnittswerte halt eben genommen und da war bei den titeln definitiv der günstigste anbieter wenn ich jetzt sage ich habe 36 euro für neun artikel bezahlt könnt ihr euch vorstellen dass das nicht viel war was ich jetzt pro stück bezahlt mal mehr mal weniger aber naja ich fange mal an wir hätten hier einmal enslaved es ist nicht die deutsche es wird wahrscheinlich die englische oder die österreichische version sein komplett recht schöner zustand dann der erste teil der in charte 3 auch nicht die deutsche ja da steht ganz oben glaube ich sind französisch ist die vermutung naheliegend dass das die französische version ist auch komplett bei rebuy ja nicht immer gegeben dann batman arkham asylum die ursprungsversion die kommt zum beispiel aus england ich habe viele internationale version bestellen wer sich mit internationalen versionen bei rebuy auskennt weiß dass die tendenziell immer ein bisschen günstiger sind man dann aber diese auf jeden fall den 18er zuschlag und diese identitätsprüfung mitmachen muss gut wenn man dann einen artikel hat dann kann man auch so weitermachen so heavenly sword auch komplett das tatsächlich eine osk version also eine deutsche dann die game of the year edition von borderlands darauf habe ich mich sehr gefreut die wird auch definitiv heute abend noch angezockt da ist die karte sogar noch drin ja ich habe bisher nur gutes von dem spiel gehört ich habe es noch nie gezockt noch nie 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 und deshalb musste das mit und ich glaube es hat für einen klasse titel also soweit ich gehört habe 3 euro gekostet und dafür kann man das Ding schon mal mitnehmen dann hätten wir hier noch darksiders auch die deutsche version komplett das sk logo sowie in famous der erste teil alle spiele komplett in ziemlich gutem zustand also die discs von den ps3 titel habe ich vorher schon kontrolliert sind super absolut klasse die anleitung sehen auch noch gut aus also habe ich bei rebuy schon ganz ganz anderes erlebt und ganz zum schluss für einen ps vita titel gegönnt das war eigentlich mehr so ein viele sage ich jetzt mal weil ich auf einen gewissen betrag kommen wollte und habe mir dann gedacht ach komm dann gönnst du dir noch den einen und der hatte auch nur 5 euro gekostet war aber der teuerste titel in dem ganzen set und das wäre lumines und das wäre es dann ja da wurde ich ganz kurz unterbrochen wie gesagt also für das komplette set 35 36 euro inklusive versand altersprüfung und identitätsprüfung pipopo und ralala ist denke ich schon guter kurs also wenn ich die versandkosten und alles abziehe habe ich weniger als 3 euro pro titel bezahlt ist top und ich stimme gar nicht knapp über 3 euro und jetzt machen wir noch so ein schieben wir das alles nochmal beieinander mal wieder ein paar schöne stapelchen für die sammlung perfekt ja ich wünsche euch viel glück auf der suche und bis zum nächsten mal